Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sieht aktuell keine Chance auf Verhandlungen mit Russland. Dem Stern sagte sie, worüber kann man mit jemandem verhandeln, der nicht mal bereit ist, mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz humanitäre Korridore für die Flucht von Zivilisten zu vereinbaren. Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand wies sie zurück. Welches Recht hätte ausgerechnet eine deutsche Außenministerin, für die Ukraine zu entscheiden, welchen Teil ihres Landes sie bitte schön abgibt, wie viele Millionen ihrer Bürgerinnen und Bürger sich Russlands Herrschaft zu unterwerfen haben? Es sei nicht vorhersehbar, ob sich in der russischen Regierung plötzlich die Machtverhältnisse ändern. Autokratien können Zustimmung erpressen, aber sie können nicht verhindern, dass die Elite das Land verlässt, sagte Baerbock. Putin opfert sein eigenes Land. Ich frage mich, wie lange das so gehen kann. Putin.